Ja und neben mir steht er, der Gewinner des Logistics Service Awards, Andreas Götz von der Bauserve GmbH. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Was bedeutet Ihnen dieser Preis? Er ist Anerkennung für einen langen Weg der Innovation, für einen langen Weg, eine neue Dienstleistung in der Baubranche zu etablieren. Das war am Anfang sehr schwer und hat viele Jahre gebraucht, bis man das etabliert hat. Heute bewegt es sich zum Standard und wir sind glücklich, dass wir diese ersten Jahre der Existenzgründung geschafft haben und dass wir heute ein gesundes, florierendes Unternehmen sind. Das Unternehmen wird ausgezeichnet für das in der Praxis umgesetzte Modell eines eigenständigen Dienstleistungsgewerks für Großbaustellen. Das müssen Sie uns nochmal erklären. Traditionell wird ein großes Bauvorhaben von einem Generalunternehmer oder von vielen Einzelunternehmen erstellt. Und in diesem Zusammenhang werden die einzelnen Gewerke auch verantwortlich für ihre Dienstleistungen, die sie zu erbringen haben. Dazu zählt die Versorgungslogistik, dazu zählt die Entsorgungslogistik. Diese Funktionen werden dann von einer Vielzahl von Unternehmen immer separat durchgeführt. Das kann nicht produktiv sein. Hier haben wir eine ganz wichtige Querschnittsfunktion für alle in gleicher Weise. Wir schaffen also gleiche Leistungen zusammenzufassen, mit eigenen Verfahren zu betreuen und schaffen dadurch eine ganze Menge Produktivität, die letztlich dann der Bauausführung wieder zugute kommt. Und deswegen arbeiten die Unternehmen, die in von uns betreuten Bauvorhaben arbeiten, einfach sehr viel produktiver. Also das heißt letztendlich Effizienzsteigerung, auch Kostenersparnis, die dahinter steckt? Das ist eines der wichtigsten Probleme. Natürlich die Gesamtkosten sind viel niedriger, aber das Problem, mit dem wir nach wie vor zu kämpfen haben, ist, wo ist eigentlich die Kostensenkung stecken geblieben? Hat sie der bekommen, der eigentlich das Bauvorhaben beauftragt hat? Oder sind es die vielen ausführenden Firmen, dass die das gespart haben? Und um diesen Kampf geht es, dass das auch zu dem wächst, der eigentlich ursprünglich gebaut hat. Jetzt haben Sie hier ein wunderschönes Modell mitgebracht. Das ist das Palaisquartier in Frankfurt, im Zentrum von Frankfurt. Hier ist die Hauptwache und ganz in der Nähe, nur wenige hundert Meter entfernt, in einer der bekanntesten Einkaufsbereichen der Zeil. Also ging es hier darum, diese einzelnen Baumaßnahmen nebeneinander abzuwickeln und so zu integrieren, dass jeder optimale Arbeitsbedingungen hat. Und das ist nicht ganz einfach, weil das auch an sehr unterschiedliche Generalunternehmer vergeben worden ist. Und alle wollten zur gleichen Zeit arbeiten. Und das haben wir dadurch gelöst, dass wir zwei Logistikebenen eingeführt haben. Also auf dem ersten Untergeschoss ist die Logistik durchgeführt worden für die Tiefgarage. Von oben nach unten gebaut. Und gleichzeitig auf dem Erdgeschoss die Gesamtversorgung für alle Bauteile auf dieser Fläche hier rum. Und was Sie vielleicht noch gar nicht so bemerkt haben, hier ist Fußgängerzone und damit kein Verkehr. Das ist die einzige Strecke, über die überhaupt der Gesamtverkehr fließen konnte. Also im wahrsten Sinne des Wortes eine logistische Meisterleistung, die dort vollbracht worden ist. Wo gab es denn den größten oder die größten Stellen, die gehakt haben? Allein das Volumen. Ich hätte es mir nie so vorgestellt. Wir haben vorher ein Hochhaus gemacht, in dem wir das alles schon mal nachgewiesen haben, dass das funktioniert. Aber an dieser Stelle so viel Unterschiedlicher. Das war nie in dem Konzept vorgesehen. Und die alle zu integrieren, die alle auf ein gemeinsames Konzept zu verpflichten und zu sagen, das ist toll, was wir machen. Das ist eine ganz besondere Herausforderung. Und da bin ich also noch wahnsinnig dankbar, dass meine Mitarbeiter das ohne größere Blessuren überstanden haben. Also zurecht, denke ich mal, soweit ich mir das Urteil erlauben darf, zurecht diesen Logistics Service Award erhalten für diese logistische Meisterleistung. Andreas Götz von der Bausurf GmbH. Noch einmal sehr herzlichen Glückwunsch und dass Ihr Unternehmen weiterhin floriert. Sie werden noch von uns hören. Davon gehen wir aus. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.